Hi Leute, ich zeige euch heute eine weitere Anomalie in der Sonne. Wer meine Videos zu den Veränderungen in der Sonne verfolgt hat, weiß, dass wir gegenwärtig massive Veränderungen in der Sonne beobachten können. Wir konnten bereits Veränderungen sehen in der Helligkeit und Farbe der Sonne. Sie ist manchmal gleißend hell und fast weiß. Und manchmal ist sie gelblich bis bräunlich und wirkt schwach. Wer meine Videos kennt, weiß, dass man diese Veränderungen bei strahlend blauem Himmel beobachten kann. Es hat also nichts mit Wolken oder Nebel oder anderen möglichen Faktoren zu tun, auch wenn es manchmal so aussieht, als wenn sich die Sonne hinter einem Schleier befinden würde. Dem ist aber nicht so. Auf allen Aufnahmen, die ihr auch jetzt hier seht, war der Himmel wolkenlos und strahlend blau. Und wir konnten Veränderungen in der Größe sehen. Die Sonne ist manchmal groß, so wie wir sie in ihrer normalen Größe auch erwarten würden. Aber manchmal ist sie dann sehr klein. Also ihre Größe verringert sich sozusagen, teilweise bis auf ein Zehntel ihrer Größe. Ich blende euch Links zu Videos ein, in denen diese Phänomene ausführlicher behandelt werden. Wir können diese Veränderungen der Sonne nur sehen, wenn wir die künstliche Sonne, die sich vor der echten Sonne befindet, abdecken. Wir müssen hier von einer künstlichen Sonne sprechen, da in der Mitte der Sonne eine winzige, aber sehr starke Lichtquelle existiert, dessen Schein sehr groß werden kann, sodass er andere Objekte am Himmel, also auch die Sonne selbst, überdecken kann. Aber diese Lichtquelle ist so winzig, dass sie mit einem kleinen Schlüssel oder mit einem anderen kleinen Objekt völlig abgedeckt werden kann. Man kann den Unterschied zwischen der Größe der künstlichen und der echten Sonne schön sehen, wenn nur die winzige Lichtquelle, die künstliche Sonne am Himmel vorhanden ist und die echte Sonne dahinter nicht mehr da ist. Dies geschieht zeitweise, aber es ist kaum bemerkbar, da eben die künstliche Lichtquelle, so winzig sie auch ist, einen enorm großen Schein erzeugen kann. Warum die echte Sonne zu diesen Zeiten nicht vorhanden ist, ist Gegenstand von Spekulationen. Wir können nur vermuten, dass sie von fremden Himmelskörpern in unserem Himmel abgedeckt wird. Wir können hier auf diesen Bildern einer offiziellen Wetterkamera in Kanada sehen, wie die Sonne plötzlich auf ein Viertel ihrer Größe schrumpft. Aufgrund dieser Begebenheiten müssen wir hier von einer künstlichen Sonne sprechen, da es keine natürliche Erklärung für diese Phänomene gibt. Und ich möchte euch heute eine weitere Anomalie in der Sonne zeigen, beziehungsweise in der künstlichen Sonne, wenn wir im Sprachgebrauch bleiben. Ich betone nochmal, dass ich alle Aufnahmen mit derselben Kamera gemacht habe. Ich habe zwar auch schon mit anderen Kameras getestet, um zwar um zu überprüfen, ob diese Phänomene mit anderen Kameras anders dargestellt werden. Dem ist aber nicht so. Alle Kameras, die ich getestet habe, und da ist sogar eine 20 Jahre alte Kamera dabei, zeigen diese Phänomene auf die gleiche Weise. In jedem Fall sind alle Aufnahmen, die ihr in den Videos seht, also in den bisherigen Videos, sind mit derselben Kamera gemacht worden. Aber auf keiner dieser Aufnahmen sieht man das, was ihr hier gleich sehen werdet. Man sieht immer die Sonne und die Reflexion einer Art Glocke mit einem hellen Punkt in der Mitte. Wobei es sich dabei möglicherweise um die Technologie der künstlichen Lichtquelle handelt. Wir haben zwar schon viele Anomalien in der Sonne gesehen, aber man sieht immer ein klares Bild, auch wenn man die künstliche Sonne, also den winzigen Lichtpunkt in der Mitte, nicht abdeckt. Es ist nichts verzehrt, und man sieht auch keine anderen Reflexionen. Und jetzt schaut euch das an. Seht ihr das? Hunderte von bunten Reflexionen. Kugeln in Spektralfarben. Dieses Phänomen ist in jedem Fall verursacht durch die künstliche Lichtquelle. Denn wenn man sie abdeckt, so wie ihr das hier seht, mit einem kleinen Gegenstand, dann verschwinden auch diese bunten Reflexionen. Diese Anomalie hat es nur in der Zeit vom 04.04. bis zum 07.04.2020 gegeben. Weder davor noch danach konnte man dieses Phänomen je beobachten. Ihr seht jetzt die Aufnahmen aus diesen Tagen, also vom 04.05.06. und 07.04. Und danach zeige ich euch weitere Aufnahmen vom 08.04. und später, auf denen diese Reflexionen wieder verschwunden sind, so plötzlich wie sie kamen. Und Aufnahmen von vor dem 04.04. zeigen, dass diese Reflexionen davor ebenfalls nicht zu sehen waren. Ich habe dieses Phänomen noch nie zuvor gesehen. Und ich mache jetzt seit etwa einem Jahr regelmäßig Aufnahmen von der Sonne. Und jetzt seht ihr die Sonne vom 09.04.2020, also zwei Tage nach dem Phänomen. Die kugelartigen bunten Reflexionen sind plötzlich vollständig verschwunden. Auch danach waren diese Reflexionen nie wieder zu sehen. Sie waren ausschließlich in der Zeit vom 04.04.2020 zu sehen. Hier jetzt vom 10.04. auch nicht mehr zu sehen. Nichts mehr davon zu sehen. Schaut den Unterschied. Vorher, nachher. Man kann den Unterschied deutlich sehen. Mit Reflexionen. Und danach vollständig verschwunden wieder. Genau wie vorher. Jetzt erwartet ihr sicherlich eine Erklärung für dieses Phänomen. Aber obwohl das schwierig ist, weil wir die Technologie nicht genau kennen, kann ich euch eine ganz deutliche Beobachtung zeigen, die mit dem Phänomen zusammenhängt. Denn es ist deutlich erkennbar, dass es ein Defekt in der künstlichen Sonne gegeben haben muss. Und ich werde euch jetzt zeigen, woran man das erkennen kann. Wie wir wissen, muss die rote Glocke, die wir auf jeder Aufnahme der Sonne sehen, mit der Technologie der künstlichen Sonne zusammenhängen. Denn wenn wir die künstliche Sonne, also den minimalen Lichtpunkt, in der Mitte der Sonne abdenken, dann verschwindet auch dieses glockenförmige Objekt, das möglicherweise eine Art Reflektor ist. Der die künstliche Lichtquelle verstärkt. Ähnlich wie bei einem Autoscheinwerfer. Dieses glockenförmige Objekt ist immer, auf allen Aufnahmen, die ich bisher gemacht habe, sehr gleichmäßig und ebenmäßig geformt. Ohne Dellen, ohne Löcher oder sonstige Verformung. Und jetzt schaut mal genau auf dieses Objekt, wie es in den Aufnahmen vom 4. bis 7.4.2.20 aussieht. Es hat ein riesiges Loch auf der rechten oberen Seite. Und das ist nicht nur eine Erklärung für das Phänomen der tausendbunten Regenbogenreflexion, sondern es ist sogar ein Beweis dafür, dass wir es mit einer Technologie zu tun haben müssen. Denn sonst würde es nicht zu so einer deutlichen Verzerrung in der Darstellung der Sonne, also in den Sonnenstrahlen, kommen können. Und es ist ein Beweis dafür, dass das glockenförmige Objekt etwas mit dieser Technologie zu tun haben muss. Denn sonst hätte es nicht diese Koinzidenz zwischen den Regenbogenreflexionen, die aufgetreten sind, und dem offensichtlichen Schaden an der Glocke gegeben. Interessanterweise gibt es noch eine weitere Aufnahme, die ebenfalls aus dieser Zeit stammt, nämlich genau vom 7.04.2020 und offenbar einen fremden Himmelskörper zeigt. Möglicherweise eine zweite Sonne, von der ich bereits in anderen Videos berichtet habe. Diese Aufnahme hier stammt aus Holland. Ich blende euch den Link zum Originalvideo oben ein. Ihr könnt das Objekt jetzt rechts neben der Sonne sehen. Je nachdem, wie die künstliche Sonne über bestimmte Gebiete der Erde eingestellt ist, sind die Reflexionen dieser fremden Objekte in der Nähe der Sonne an verschiedenen Orten der Erde offenbar in unterschiedlicher Art und Weise zu sehen. Denn dieses große Objekt konnte ich auf meinen Aufnahmen nicht sehen. Ihr seht auch, dass das Objekt nicht immer zu sehen ist, sondern dann, wenn die Kamera in den richtigen Lichteinfallswinkel gedreht wird. Also solange der Winkel der Kamera verändert wird, bis das Objekt sichtbar wird. Was wir hier sehen, sind die gewaltigen Zeichen am Himmel und in der Sonne, von der Jesus in Matthäus Kapitel 24 und Lukas Kapitel 21 gesprochen hat. Es sind die Zeichen, die kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn, Jesus Christus, am Himmel geschehen. Bereitet euch vor auf seine Wiederkunft, denn sie steht kurz bevor. Übergebt euer Leben dem Herrn und unterwerft euch seiner Autorität. Das ist die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Beeilt euch. Es ist nicht viel Zeit. Viel Glück. Gott segne euch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020